nein das blöd ist wenn wir es einmal erwischen sofort im arsch rüsten du tot ja ich hab gerade gleich gemacht erst mal wie du das wäre wir haben mich schneller gemacht warte fahrt jetzt habe ich mich selbst kaputtgeschlagen und wo das war jetzt knapp schnell halte ich und dann mich wiederbeleben ja lol aber es wird gott zu dank in und checkbar ich hab grad donnerkale gemacht und es auf mich niedergeregnet ich glaube dieser zauber ist ziemlich brutal ja es ist sehr gefährlich wenn man damit nicht umgehen kann so wie du ach du bist so ja war so kurz nein ich habe eine gute idee qfasa geh nach hinter mir geht hinter mir gehen hinter mir geht hinter mir ein stück weit weg bleiben ja wir kriegen davon und von oben gerade mehr erheil mich einfach ich habe dafür schon einen großen platte ja danke ja dann weiß man wie ich mich fühle war ich dasselbe nein das war ich mann qfasa so jetzt hat es gerade geruckelt bist du noch da natürlich bin ich noch da ich habe in letzter zeit so ein bisschen probleme gehabt bei der dingens aufnahme also hier bei der aufnahme von wegen bei diablo ja pass auf welchen nicht den welchen denn den kommen wir hier hinter wussten wir den jetzt kann zudem mal im starten ich kann den auch wussten ich habe ne buchse du denn ich mache aber genau dasselbe der warte nur ich muss ich mir hier machen so und jetzt mit super da habe ich jetzt nicht erwartet das gleiche einfach ja und alles ist schon vorbei und ich habe gerade das ich bin tot mit einem schlag aber ja ganz schnell so man hat doch mal flockig ich dachte ich schon nicht hängen auch wenn mich dauernd tötest ich mache mal sa qfasa so jetzt bin ich down und du auch war ein schlag also wenn der typ einen auf draufhaut dann ist es weg Gott wir sind gerade so schlecht wir waren so gut ja wir sollten wieder ein bisschen als team spielen ja ok pass auf wir machen jetzt wieder mit gerade ne komm scheiß auf dich viel ich habe da keinen bock drauf ja ich will wenigstens den einen großen da weg haben dann haben wir einen großen weniger weißt du ja komm schon die großen will ich haben nur die großen danke ja das ist schon mal gut das ist schon besser als vorher also jetzt ist der qfasa echt leben retten wenn man den einmal drauf hat wieder boah ich dachte jetzt gerade echt ich hätte dich erwischt ne ne diesmal nicht diesmal nicht oh super ich weiß nicht wo ich bin da nein ich bin tot ich bin tot ähm den hier muss ich erst mal machen yeah ja und ich glaube ich bin tot oder ja ne ich bin hier ok ok dann wollen wir mal ein bisschen was war denn hier waren hier noch etwas zu untersuchen hier kann man was untersuchen hier kann man was untersuchen ein Fahrradständer ne ne ja klar warte wir müssen einen Schalter betätigen den habe ich schon gesehen und alles gleich oben aber ich glaube als erstes sollten wir mal den Typen da töten ok alles klar da habe ich Angst ja das sieht so nach einer Arena aus nicht wahr ja ok ach du also qfasa ähm das wird nicht ausreichen äh das ist der einzige Zauber der da wirkt ja was kommt dann kommt ich glaube wir sollten auf dieser Plattform stehen bleiben aha ja irgendwie krieg ich den gerade nicht hin und irgendwie ah hier hier unten stehe ich jetzt auch praktisch eigentlich ja eigentlich schon außer die wollen natürlich alle zu mir kommen äh qfasa ah ich bin im Arsch schnell heilung ja genau haha ja ich bin tot ja wenn man wenigstens ein bisschen mehr Leben hätte ne du ich denke mal das ist schon Leben genug nein ich meine wenn man wiederbelebt wird oh das ist doch nicht wahr bist du wieder tot ja ja nein ich war das irgendwie ja ich hab das wieder gemerkt ich hab nur keine Ahnung warum diesmal tot aber das ist echt schwierig vor allem dass sie das hier auch noch so penetrant auf dich draufschlagen ey finde ich voll widerlich kann ich nicht haben sowas hier ich bin total behindert ich kann nur schlagen ich bin Krieger bei WoW äh ich bin kein WoW Spieler mehr ich auch nicht aber die anscheinend es gibt ja so ein Erfolg ne rpg an weißt du ja rpg fällen ja genau habe ich schon gekriegt in der zweiten Folge oder so ne der ersten oder kann sein ich meine der ersten aber egal so wir haben doch im Fall hier ist kein cooler Stab glaube ich ja bei Benutzung ich meine ich bringe es ja echt nicht weiter ne diese Stäbe oh doch der Stab wäre vielleicht mal eine gute Idee ach so der heilt dich nein nein das macht der nicht so hat er sein können den hier macht der dass er sich immer genau so hinstellt dass ich ihn nicht erwische ja ja Mist verdammte ey das ist echt ein böses Ding oh das war jetzt ein geiler Schuss mhm DRECKSAU hehehe endlich down ey jetzt kommt der König gleich kommt wieder der Fünf und König gerettet DRECKSAU 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 okay jetzt kommt Kahn oder what ist das so warm ey ist bei euch auch so warm aber richtig ich wohn in NRW und du wohnst in äh Niedersachsen ähm das sind schon ein paar Kilometer unterschieden ich kann sagen es ist heiß ungefähr 300 schrecklich schrecklich mhm naja ich meine du weißt ja wo ich wohne ja das ist richtig ich weiß auch ungefähr wo du wohnst ne doch hast du mir schon mal gesagt NEIN wie kannst du nur dies wissen ja du hast es mir gesagt du bist ein Stalker soll ich dir sagen wo du wohnst halt bloß die Schnauze hehehe das gehört hier nicht rein ne ne ah du war Havendir hehehe naja ich wohne in Dunderhead 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 ich dachte in Havendir 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 so nachdem wir jetzt wieder mal nur rumgefeift haben sagt uns doch mal äh ist die Feixerei gut bei diesem Spiel oder nicht ja ich glaub die muss man schon machen ah können wir loslegen achso 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 ja ich glaub wir müssen den töten oder ey das ist doch ne Feige so weißt du erst retten wir den und den lässt er uns hier hängen müssen wir den jetzt töten oder nicht scheint so ja dann machen wir QFASA ok Q Q F A S verdammt das war der falsche Zauber ich hab irgendwie befreien ach ne ich bin irgendwie nass oder so verdammt ich kann ja nicht Carsten äh ja äh ja warum wohl hast du mir auch gehabt vorhin noch gesagt gehabt äh lass mich in Ruhe verdammt ich bin tot nein ist ja nicht Q F A S A geht nicht du bist im Gebäude verdammt hast du mir doch selber noch gesagt dass es deswegen ist ist ich mein ja immer noch nein aber wie der liegt nur rum das ist jetzt aber echt gemein ah ich hab ne Idee warte mal verdammt 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 weg ah oh alles ah danke du hast mir grad verdammt du bist schon wieder am leben naja aber ey äh Wasser drauf so nass und jetzt gib ihn hast gesehen wie schnell der weg geht ich kann nicht saubern ich kann nicht saubern keine Ahnung oder der ist jetzt sofort tot nee guck hier wenn ich so was war dat denn jetzt für ne Scheiße ich weiß nicht hast du deinen Tasselot vielleicht wirklich zu kaputt gemacht nein das ist ne neue ähm ich glaube du hast trotzdem deine bei Magica spielen kaputt gemacht oder ja aber das ist ne neue aber ich kann grad nicht zaubern ich hatte grad ASF und ich hab gezaubert also also ich hab nur A-A-A-A gedrückt ja da ist nix passiert ja keine Ahnung ach man ich bin so ein Noob so ein Noob so ist der Erfolg blööööä was ist jetzt los, Flat ? muss ja jetzt Flat töten komm wir töten jetzt Flat wenn jetzt mal hiesen hier ja jetzt gehts jego natürlich gehts jetzt wieder da geht jetzt Flat siehst du Eieieieiei. Was ist das? Ach, Null. Kleinigkeit, Weltenende, Grimm hier gesehen ist und, ja, was ist mit Weltenende? Wartet nicht auf die Armee. Oh Mann. Naja. Zeit ist von größerer Relevanz. Muss man jetzt nicht so sagen, oder? Ja, keine Ahnung, aber ich frage mich sowieso, Jo, geht Zeit, ne? Ich frage mich sowieso, wie viele Level dieses Spiel hat. Das ist eine gute Frage. Das werden wir aber auch herausfinden. So, das schön ist, ich habe meinen Laptop links daneben stehen. Der ist immer noch zu leise. Und kann da dazwischen nicht mal Nachrichten nachgucken. Hier so, ne? Mhm, mhm. Da habe ich mich inzwischen so eingestellt, weißt du? Ja. Das ist schön. Wow. Ich war immer überlegen, mir einen neuen Computer zu kaufen, nur so für Rendern oder so. So als Server-Render? Ja, na, ne, mach ich nicht. Da brauchst du ja keine Grafikkarte oder so, oder keine Guter, brauchst halt nur RAM und Power, ne? Aber da würde ich dann meinen alten Nimm mir hier einen Komplett neu einholen. So lange nehmen wir es eigentlich schon auf? Kann ich dir nicht sagen, aber ich würde sagen, wir machen eben eine Unterbrechung. Ja. Und gucken einfach mal nach. Und sagen wir mal, bis gleich. Alles klar. Ich bin ich nicht, aber ich ja... Ich bin ich ganz trage, ja.